Währenddessen kann ich ja mal kurz gucken Das hier ist alles entweder richtig verwinkelt nur Oder das hier ist wirklich die gegnerische Festung und ich muss die Anführer hier irgendwo finden Und mich da ordentlich durchkämpfen Das kann sein, dass er hier irgendwo ist Ah, der erste Teufler ist ausgeschaltet Also Teufler sind nicht gerade Da sieht man wirklich, Teufler halten verdammt viel aus Ach und kaum sind die Kaum sind die eisernen Jungfrauen wieder auf freien Fuß Freitern sie sich wieder selber Das würde ich gerne unterbinden Klopft Klopft euch lieber mit den Teuflern Ach, sie sehen nur noch drei Wächterfallen Dann kommen noch die Frost- und Speerfallen hier Und dann noch die beiden Türen Ja, das nimmt langsam vor Man Wie sieht das eigentlich aus wie so ein Teufler Schläft Äh, komisch Da hält sich sein dicken Bauch und pennt Aber es ist gut, die Ims sind So klug und holen die Kau geschlagenen schon selber ab Meistens jedenfalls Okay, das wollte der eben gerade machen Kannst du auch mal hier raus was essen gehen Aber ja, ich denke mal Meine Armee dürfte einigermaßen Gut beisammen sein jetzt Meine Salamander sind auf den Fast höchsten Levels Meine Skelette auch Meine Imps können hier noch etwas Gold scheffeln Auch wenn ich immer noch sehr viele habe Was ich schon mal machen kann Ist mit einem Erdbeben Die Wand sprechen So Kann ich hier einfach reinbuddeln Sobald ich dann soweit bin Ja Denen helfen wir mal etwas nach Den Trollen Dass sie schneller arbeiten Und die Teufler können auch mal kurz Wieder mithelfen gehen Arbeiten Oder auch nicht Die wollen alle futtern Und Geld Dann geht futtern Ja, Teufler sind ziemlich verfressen Ey Okay, das reicht schon mal wieder an Gold Gold Okay, keine Keine zwei Minuten Gebuddelt Und schon habe ich wieder Gold bis zum Abwinken hier Äh Wie viel passt in diese Schatzkammer? Nichts mehr Aber die ist leer Die Schatzkammer ist leer Okay Das war jetzt glaube ich Die letzte Wächterfalle Jetzt werden Genau Jetzt werden Stachelfallen gebaut So Geht schuften Und ihr geht kämpfen Vielleicht will ich noch mal trainieren sehen Auch wenn das ziemlich komisch aussieht Und sie natürlich die eisernen Jungfrauen Wieder foltern Oha Ja, genau so kümmern die Ziemlich gut Was gibt's hier? Hey, hier gibt's eine Arena mit zwei Skeletten drin Und Wichterfallen Okay Das ignoriere ich jetzt einfach mal Ich grab mich da In die Burg rein Eine Stachelfalle Wurde in eurer Werkstatt gebaut Und versuche trotzdem mal Den Gegner zu finden Die Gegnerischen Lord Wo immer er sich auch versteckt Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt Wie sie können Warum der das immer wieder bringt Ist mir ein Rätsel Eilige Kacke Was hat der Gegner hier alles? Also die Mission kann sich etwas in die Länge ziehen Ich hoffe nur mal Dass ich nicht mittendrin einen Cut machen muss Wegen der Aufnahme Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert Ich denke ich fange jetzt mal an Mit Horni Mich hier rein zu prudeln Eure Toten sind jetzt stark genug Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen Die Feenfestung anzugreifen Und die Schlacht hinter sich zu verholen Die Schlacht in der Arie Ganz vorbei Oh ach ja Eine Dremdsfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut Der Ritter hat Angst vor Hordi Deswegen läuft er weg Was hat der先 erkannt? Kann ich den Horn hier reinschriften? Nein, das kann ich nicht. Und das war's mit Horn hier und das war's mit meinem gesamten Mana. Okay, ich hab's definitiv mit den Fallen hier übertrieben. Die werden verkauft. Eine Bremsfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ah je, wie ne. Super Ohrwurm. Aber wir haben schon mal den ersten Raum eingenommen. Deswegen können wir die Brücke auch verkaufen. Eine Bremsfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ah, dann hol dir doch was zu essen. Machen wir die Hühnerfarm noch etwas größer. Das dürfte dann aber reichen, hoffe ich mal. Wenn ich darauf warte, dass ich wieder genug Mana für Horn hier hab. Euer Zauberspruch beten wurde verbessert. Ich denke mal, ich lass noch mal ein Horn hier los. Der Hühner wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Eine Bremsfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Jetzt müsste das aber groß genug sein. Jetzt habe ich einen neuen Hühnerfarm hier drin. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis mein Mana wieder voll ist. Dann kann ich nochmal Horn hier rufen. Der randaliert dann hoffentlich diesmal ein bisschen mehr als gerade eben. Das war nämlich ziemlich blöd, dass er den Ritter ins Wasser verfolgt hat. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Oh, dir Geld. Eine magische Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ich will sogar von hier aus mal die kleine Schatzkammer etwas nach. So. Der Zauberspruch Gehirnwäsche wurde verbessert. Jetzt habe ich nichts mehr zu erforschen. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Sehr schön. Gehirnwäsche ist eigentlich der teuerste Zauber, wenn ich es mir so ansehe. Ein Teufler wohl unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Erdbeben ist der teuerste Zauber. Der Teufler ist mittlerweile auch ziemlich teuer. Ich habe auch zu viele. Ich würde am liebsten welche... Kann ich welche ins Portal werfen, dass sie abhauen? Nein. Oh, gut. Eine magische Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Brauchen die... Es ist Zahltag. Nein. Nur solche Sachen brauchen Mana. So, das dürfte reichen. Und los geht's. Na, dann reiß mal die Tür ein, Horny. Und... Hau auf alles drauf, was da dahinter ist. Äh... Wohin gehst du? Genau, Tür einreißen.